ja gut und wenn ich das jetzt alles nochmal bauen darf dann haben wir das natürlich auch zur verfügung also beziehungsweise kann ich ja dann wieder erfahrungspunkte sammeln aber ich muss echt einen coolen ort finden es darf bloß noch nicht so kalt sein das ist das problem habe ich so viele steine dabei ja ich habe so viele steine dabei deshalb bin ich so schwer gut dann machen wir mal das hier kaputt holst du abreißen so gerhard rin geht's in die gute stube so der gute gerhard ist schon ganz glücklich freut sich schon richtig total aufgeregt guck mal wie er ausguckt sehr schön da hat uns einer sogar eine code probe da gelassen sehr gut ja aber auf jeden fall genug zum düngen ich bin schon wieder überladen warum bin ich schon wieder überladen nachher stimmt ich kann nicht viel mitnehmen deshalb jetzt kann ich wieder nichts tragen schrecklich machen wir halt schon mal dächer dass wir gleich komplett fertig sind hier kommen ein paar pfeile kann alles nicht schaden was man hat das hat man das ist natürlich wichtig dass wir die werkbank finden das ist auch ganz gut übrigens hier dass wir noch ganz gut wollen wir gleich ein steinfundament machen und eine steinmauer könnten wir eigentlich also auf jeden fall ganz gut gegen die dinos also gegen andere komm ich schalte es mal frei steinwand wo ist denn die steinwand ja dann können wir erstmal die steinwand bauen das holz brauchen wir jetzt dann alles das ist ganz schön kostenintensiv wenn ich das mal so sagen nagen darf wollte ich gerade eben sagen ich nage mal das hier so weiß ja stein müsste ich kann mich nicht bewegen das gefällt mir jetzt nicht irgendwas was ich hier noch schwierig schwierig eine kiste komm wir brauchen noch mal eine kiste ja aktuell ist es ja echt nichts kommen wir 230 erfahrungspunkte und schwupps haben wir schon wieder ein level ab das ist echt ein witz ich brauche momentan glaube ich keine ahnung wie viel tausend das ist echt übel so langsam zurückkriechen und dann können wir gleich mal schauen ob wir das erste steinfundament ich glaube wir brauchen 80 stein oder 60 können wir gleich mal kurz noch hier anfangen weil hier ist es noch ruhig dann entsprechend schon mal steinfundamente zu basteln damit wir dann auch gleich loslegen können und hier muss ich ja noch ach system muss ja noch eine tür basteln warum sagt das denn keiner genau ich weiß das ist jetzt ein bisschen doof weil wir müssen es wieder abreißen eigentlich war es auch doof das hier so zu machen weil ich hätte jetzt eigentlich lieber dann eine rampe noch mal dran machen können das fenster weg bauen das wäre einfacher als dann hier die tür abzureißen und an den türrahmen abzureißen das war aber vielleicht jetzt nicht ganz so die prallste beste idee an der stelle aber ach naja man hat man schon immer die besten ideen selten ist hier stein drin nein ist kein stein drin ist hier stein drin hier ist auch kein stein drin ist hier stein drin ist hier stein drin hier ist stein drin hier ist stein drin nicht schlecht wie viel brauche ich denn ach doch 80 siehst du sag ich doch können wir gleich mal gucken ich dachte ich hätte noch woanders metall gehabt stein meine ich hier war auf jeden fall metall glaube ich ne ja dann packen wir das mal zu dem anderen mit dazu das war hier genau ist ja echt schon ordentlich metall dann ich bin begeistert muss ich sagen packen wir das ganze code zurück halt den ganzen code um das richtig zu benennen genau und dann können wir hier noch eine weitere kiste aufstellen die packen wir dann einfach hier mit ran wenn irgendwie da jemand fröhlich in unser hausboot kackt toll alle kacken sie fröhlich ins hausboot ich verstehe gar nicht hier guck mal der tut hat der gleich richtig schön und der auch die die kacken alle gerade wie die weltmeister gibt es das denn so dann haben wir schon mal steine ich brauche jetzt schon unheimlich also abartig viele steine und leder um den schmelzofen bauen zu können der hat es auch in sich können wir gleich mal gucken was der so braucht ich weiß gar nicht ob wir da schon rum für haben so gucken wir mal schmelzofen ja 125 ja leder da haben wir glaube ich holzfasern müsste auch nicht so das ding sein aber 125 hiervon das ist schon nicht ohne vor allem wenn man nur feuerstein bekommt die tage nochmal eine weiteres kleines eine kleine präsentation gesehen zu den veränderungen jetzt hier in der welt und ich muss sagen es sieht echt so schnieke aus also das ist ja jetzt auch ende des monats soweit ich hoffe natürlich auch jetzt hier an der xbox hatten sie ja gesagt eigentlich ne das ist recht zeitnah dann alles ist oder was in der nächsten monat ne ich glaube diesen monat ne ne ich glaube doch nächsten monat ich bin nicht mehr ganz sicher auf jeden fall juni oder juni eins von beiden ne ich glaube june ne doch so mal gucken stein 68 ja da brauchen wir noch ein bisschen übrigens die meisten steine bekommt man nicht aus diesen großen steinen sondern aus ähm ich muss mal gucken wenn ich sowas gleich sehe dann sage ich euch das ich weiß gar nicht ob ich das schon mal erwähnt hatte ne hier ist leider sowas nicht wir gucken vielleicht hier vorne gucken wir mal kurz weil diese großen steine geben nie viel die meisten steine bekommt ihr wirklich ist seltsam aber ist so ähm aus anderen formationen naja jetzt nicht unbedingt indem er jetzt so wie ich ja das aufsammelt aber ich mach das gerade mal weil es sich anbietet und hier so viel also so abartig viel davon rum nicht ne hier ist gar nichts in der richtung hm hm schade ich wollte es eigentlich mal zeigen gut am festland werden wir das tonnenweise finden sogar häufiger als hier äh ist es ne das ist es nicht nein hm schade ja gibt es es hier also echt nicht auf dieser insel oder hier das ne ist es auch nicht wir gucken nochmal kurz ich dachte eigentlich hier gibt es solche steine auch solche steinansammlungen aber das ist halt schwer zu beschreiben wenn man das nicht zeigen kann vor allem wenn so ein riesengroßer brachialer dino einen hier dann bedrängt ich hoffe der lasch uns jetzt nicht reinigt dass der uns attackiert oder so dann sind wir echt ein Buß so wieviel fundamente brauchen wir eigentlich ich könnte auch wirklich erstmal in den Schmelzofen basteln 100 also wir haben schon 95 haben wir schon hm na gut brauchen wir jetzt noch eine ganze Ecke ne 125 ja so gut 30 brauchen wir noch mal gucken vielleicht kriegen wir das jetzt gleich zusammen dann können wir das schon mal bauen das gibt nämlich auf jeden Fall auch ordentlich Erfahrungspunkte und vielleicht reicht das schon oder vielleicht haben wir dann schon den entsprechenden Level für ähm die Werkbank weil die ist echt so wichtig ah sehr gut so jetzt schleichen wir mal langsam wieder zurück wieviel habe ich 130 ja das ist ok es ist jetzt wohl noch